Ja, das ist 2 auf 800 Meter. Ja, ich bin voll im Zoom drin, natürlich. Die Farbe Blau ist in der Pyrotechnik eine der teuersten Farben. Sieht das gut aus? Ja. Hat was, ne? Nach wem meinst du? Alle Produkte. Dann sag doch den Forennamen, dann hätte ich es gemusst. Weißt du schon nicht. Achso. Achso. Achso, schießt ihr LKW, dafür sollten wir das LKW nachmachen. In alle waren Leute, die haben uns was machen. Ich muss das mal noch mal. Hahaha. War das hier? Ja. Achso. Ja, das könnte er auch machen, das stimmt. Achso, ich sehe das. Ja. 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 Ja, diese Artikel, die sind etwa eine Steighöhe von 7 bis 8 Meter. Die kann man natürlich im Nahbereich aufbauen, mit 20 Meter Sicherheitsabstand. Und hier natürlich heute etwas mehr wegen dem Wind. Wir sind jetzt hier einfach auf Nummer sicher gegangen und es ist natürlich ein Effekt, der bei Windstille natürlich im Nahbereich zu sehen ist. diese Glittersterne, die sind sehr, sehr heiß und wollen natürlich keinen, der hier verletzt wird. und ich bin jetzt nicht mal ein. Das war dann ein kleineres Mal. Das war das, Martin. Ja, das ist Klasse 2. Sehr schön. Das sind so Module, glaube ich. Das sind so Module. Also das sind Artikel, die Sie auch Silvester kaufen können. Das heißt, zum Silvesterfeuerwerksverkauf können Sie die 2010 erwerben. Das sind jetzt die neuen 500 Gramm Batterien. Sie sehen aber hervorragend schöne Farben. Jede Feuerwerksbatterie ein kleines Feuerwerk für sich. Und bezahlbar natürlich. Oh, sauber. Das ist ein kleines Stück. Nein, das sind mehr. Das sind mehr. Das sind mehr. Wir müssen das hier wieder. Das ist wieder, ja. Applaus Auch hier wird die Farbe blau, einer der tollsten Effekte. Auch super rein die Farbe. Schöner Effekt. Die Sachen gehören natürlich jetzt nicht mehr zum Silvesterverkauf. Das sind jetzt also Profibatterien. Die darf also nur der zugelassene Führertechniker erwerben und abbrennen. Die handelt sich um mehrschüssige Feuerwerksbatterien. Applaus War das schön? Ich gebe mir abonnen mit ihm. Ich gebe mir abonnen mit ihm. Ich bin mal ein Beispiel. Ich gebe mir abonnen mit ihm. Applaus 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 Diese Effekte können Sie auch live noch in reinen Flamingkoblenz wieder sehen. Die wird ja dann wieder im Spätsommer zu sehen sein. Und die Firma Nico zeichnet sich für dieses Feuerwerk. War das schön? Das war jetzt zweimal 300 Schuss, so schnell ging das. Vielen recht herzlichen Dank an die Firma Nico. Ganz tolle Effekte, wie gesagt, die Sachen, die kann man dann nochmal live sehen von der Firma Nico beim Großfeuerwerk in Koblenz. Rein in Flammen.